Alexander Dirks wurde zum neuen Landtagspräsident gewählt. Er war ja durchaus umstritten, weil er während der Corona-Zeit eben doch ein starker Befürworter der Impfung war, auch da auf Konfrontation gegangen ist mit der AfD, auch die AfD stark angegangen ist. Glauben Sie, der Herr Dirks wird in Zukunft sein Amt unparteiisch ausfüllen können oder gibt es Probleme? Ja gut, Probleme gibt es mit der Personalie, immer wenn er in der Corona-Zeit das gemacht hat, dafür gibt es einen Corona-Untersuchungsausschuss und man kann das dann auch mit bewerten. Das zweite ist, jetzt ist er Landtagspräsident geworden und man kann ihn erst an seinen Taten messen, ob er dann neutral ist oder nicht, man wird sehen. Also ich will da jetzt so eine Vorgreifen oder irgendeine Vorteilung, macht man nicht. Man lässt ihn die Chance und dann werden wir gucken, was er macht. Es gibt jetzt auch eine neue Geschäftsordnung. Wesentliche Inhalte sind unter anderem, dass die Ausschussvorsitzenden leichter abgewählt werden können. Die Beantwortungszeiten für die Anfragen sind länger, also die Staatsregierung hat dann mehr Spielraum zeitlich. Wie bewerten Sie das? Ja, das ist nicht zum Vorteil der Politik. Es muss ja auch mal ein bisschen hintereinander weggehen, die schieben das raus. Also die Beantwortungszeit, das ist auf keinen Fall richtig. Und die andere Sache, die neue Geschäftsordnung, die hat schon ihre Macken. Also wir haben uns das vorhin schon mal durchgelesen, so richtig intensiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit vielen Dingen auch nicht einverstanden, die da drin stehen. Aber letzten Endes muss man sich auf einen Kompromiss einigen. Aber es kann natürlich sein, dass diese Geschäftsordnung uns nicht zum Vorteil genügt. Gerade was die Abwahl ist, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wir haben es ja beim Bundestag gesehen, beim Rechtsausschuss, wie das gehandhabt wird. Man wird uns faktisch dann immer vor diese Wahl stellen und das ist undemokratisch. Also man sollte sowas nicht machen. Wer ein Ausschussvorsitzender ist, das ist es und dann bleibt das so für die Periode. Jetzt gab es ja auch einen interessanten Moment während des Plenums, als nämlich die Grünen einen Antrag zur Geschäftsordnung, Änderungsantrag gestellt haben. Und die AfD hat ihre Unterstützung erklärt und plötzlich galt für die Grünen die Brandmauer nicht mehr. Also sie haben das nicht irgendwie zurückgenommen, sondern haben das so akzeptiert, wie es war. Wie bewerten Sie das? Ist die Brandmauer vielleicht schon längst überfällig in Sachsen? Bröckelt die schon ganz stark? Also ich bin nur im Gemeinderat, ich bin im Kreistag und ich kann, also für meine Variante gibt es das nicht. Das darf es auch nicht geben. Demokratische Kräfte haben für das Beste der Bevölkerung zu arbeiten. Fertig. Und diese Brandmauer-Diskussion, dann wollen wir doch mal sehen, ob die Grünen jetzt so sagen, mit der Stimme der AfD wollen wir nicht. Die brauchen wir eigentlich gar nicht im Landtag, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Das wäre die bessere Lösung für alle. Also an alle Wähler, überlegt euch das, was ihr macht. Es hat keinen Sinn, mit Rot-Grün-Kommunisten sowas zu machen. Das bringt nichts. Denn die nehmen nur und geben nichts. Was sagen Sie denn zum Verhalten des BSW? Das hat ja vielen, sag ich mal, Anträgen der Mainstream-Parteien, der etablierten Parteien zugestimmt. Und wenn man heute das Plenum verfolgt hat, hatte man gar nicht so den Eindruck, dass es sich da wirklich um eine neue politische Kraft handelt, sondern eher um Mehrheitsbeschaffer. Wie sehen Sie das? Gut formuliert, Mehrheitsbeschaffer ist der richtige Begriff. Ich glaube nicht, dass sie diese Regierung angehen wird. Sie wird auf die Bundestagswahl warten und darauf hinarbeiten, dass sie so beifangen, was hier passiert ist, in diesen Landtagswahlen. Ob nur Link oder BSW, das sind Linke. Die Enteignung der Personen, die Enteignung der Firmen, es ist am Ende Kommunismus. Das brauchen wir auf keinen Fall. Das ist eine ganz normale Sache. Dafür kämpfen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und ja, diese PSW bleibt trotzdem links und fertig. Und wir werden diese Regierung nicht eingehen. Wir werden sie unter Druck setzen. Wir werden auch ein paar Dinge machen, das verstärken. Wir werden mal sehen, was sie zum Frieden sagen. Schauen wir mal. Sie sprechen schon an, was werden die großen Themen sein in den nächsten fünf Jahren hier im Landtag. Zeichnet sich schon was ab? Naja gut, heute ist die erste konstituierende Sitzung und zeichnet sich was ab. Jeder weiß, wie es bei den Kommunen vor der Haustüre aussieht. Es gibt kaum noch Haushalte, die durchzukriegen sind. In den Kreistagen ist es kompliziert, überhaupt noch was zu gestalten, weil das Geld fehlt. Brücken fallen ein in Dresden, also Infrastruktur, ÖPNV. Behinderten, ganz wichtiges Thema. Behinderten werden durch diese Politik, durch diese Sozialpolitik völlig missachtet. Also ich hatte jetzt so drei Gespräche, deswegen, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt so viele Themen, wir wissen schon, wo wir anfangen. Aber ich sage mal so, was ist denn hier überhaupt noch in Ordnung? So viel kann man ja gar nicht mehr falsch machen, wie es falsch gemacht wurde. Und ob das immer wieder der Ausgangspunkt ist, die CDU, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und gerade dieses charakterlose Verhalten, es ist konservativ in Sachsen gewählt worden, es ist konservativ in Thüringen gewählt worden. Und da gehört sich das, dass die AfD mit der CDU redet als erstes und keine Brandmauer und solche Diskussionen müssen einfach weg. Und deswegen genau überlegen, was man wählt, ganz wichtig. Tschüss.